Ihr Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier zur F1 2022 Megaseason hier im Training aus Yedda, Saudi-Arabien. Eine sehr tolle Strecke, sehr mächtig vor allem. Es ist der schnellste Start Grand Prix im Kalender. 27 Kurven auch mit den meisten Kurven, aber nur die zweitlängste Strecke mit 6,1 Kilometern. Wir sind wieder mit Vettel unterwegs, der leider dieses Wochenende auch nicht an den Start gehen wird. Unser Rennstrategie-Programm, was ich ein bisschen kürzen werde und umfunktionieren werde zum Recap vom Training. Schaut gerne auf Instagram vorbei, ati-gaming, auch gerne auf itza-tobi für mehr vom Rennstuff und abonniert gerne den Channel kostenlos. Links sind wir alle unten in der Bio und wir starten hier mit der ersten Runde. Jeder eine sehr schwierige Strecke, falls ihr eine Short-Hotlabs hin wollt, schaut gerne auf den TikTok, ihr könnt vorbei. Hier links ganz, ganz eng bleiben, das ist wirklich sehr tricky hier. Hier gab es auch schon einige Berührungen mit der Mauer unter anderem beide Ferrari-Gäste. Hier links Leclerc, der hat da ein bisschen Antisch. Und ich auch hier rechts mit dem Vorderreifen. Das war auch eine meiner ersten Runden. Es ist echt sehr tricky. Viele Mauern und generell sehr auf und ab mit der ganzen Strecke. Zala! Und hier, ja, das ist echt tricky, weil wenn du da kein gutes Setup hast, ich hatte hier noch kein perfektes Setup, dann rutschst du hier echt herum. Hier dann, Kurve Nummer 13, 13 glaube ich ist das, das ist echt eine meiner Lieblingskurven. Beim Rauschbeschleunigen, glaube ich, hat Sands hier die Mauer touchiert oder ich war mir nicht ganz sicher, ob es dann hier raus aus der Kurve 17 war. So, hier 16 und 17 oder hier touchiert. Das kann bei beiden Kurven sein, das sind sehr ähnliche Kurven. Dann kommt man ein bisschen verschnaufen, auch wenn immer wieder Kurven kommen, kann man die eigentlich Vollgas nehmen. Man muss zwar ein bisschen lenken, aber es geht eigentlich. Wir sind die zweitschnellsten mit 295, aber wir hatten da gestern Speedtraps, gerade auf dieser langen Graden hier. Da kannst du ja, wo auch letztes Jahr dieser Unfall zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton war, der ja da gebreaktestet wurde. Und ja, es war generell ein sehr verrücktes Rennen letztes Jahr. Ich möchte jetzt kein Recap draus machen, aber auch was da alles abging. Falls ihr wirklich ein Quiz nochmal, also als Auffrischung wollt, schaut, wie gesagt, gerne auf TikTok vorbei. Unser Quick Quiz mit 5 Fragen, die echt ziemlich nice sind zum letzten Jahr. Das war schon eine Runde hier in Saudi-Arabien. Im Qualifying werden wir darauf eingehen, gerade in der Haupt-Qualifying-Runde. Kommen wir zum Recap von Training 1 und 2, es ging los. Natürlich, vor dem Qualifying erfuhr man dann mal, dass Vettel nicht kommen wird. Er ist immer noch positiv auf Corona getestet worden. Viele Ausrutscher, letzte Kurve, aber auch generell überall auf der Strecke. Die Strecke war noch grün und dann kam so ein Styropor-Stück-Banner. Er ist da über die Strecke gehingen und Riccardo hat den aufgesammelt und komplett zerfetzt. So sah das Ganze. Ich glaube, es ist Styropor oder sowas ähnliches. Es gab dann rote Flagge, skurrilerweise, ich weiß nicht genau warum. Kevin Magnussen ein bisschen der Sad Boy des ganzen Freitags. Er konnte lediglich 30 Minuten fahren. Charles Leclerc wieder mal sehr dominant mit einer Zehntel-Vorsprung vorfasst. Da hat noch weitere Bottas weit vorne. Die Mercedes weit abgeschlagen da. Die hatten echt viele Probleme, gerade im ersten freien Training noch. Das war jetzt eher nur so ein Eingrooven. Magnussen gar nicht gefahren. So, jetzt kommen wir. Ja, dann kam so Explosion in nahe der Strecke. 10 Kilometer ist Aramco-Lager getroffen worden. Und der wurde mal um 15 Minuten verschoben. Es wurde dann doch gefahren. Das komplette Training am 22 Uhr gestern gab es da eine Besprechung. Keine Ahnung, was da ausging. Leclerc wieder auf dem ersten Platz mit einer Zehntel-Vorsprung für Stappen. Und auch Sainz weit vorne. Auch Paris, aber auch Hamilton und George Russell. Wir können bei der Musik nicht dabei sein. Nori ist echt gut aufgefallen, dass der Wert da vorne ist. Dieses Mal auch wieder Bottas in den Top 10. Yuki Tsunoda dann noch mit einem späten Motorschaden. Auch bei Alonso hat man viele Motorteile ausgetauscht. Bei Gasly natürlich auch. Da hatte er einen Motorschaden. Da hat man gefühlt die komplette Power-Unit ausgetauscht. Aber auch bei Alonso. Der hatte auch Probleme letzte Woche. Wurde auch vieles ausgetauscht. Wir kommen ja aus der letzten Kurve raus. Die Hasskurve von Verstappen im letzten Jahr hat er seine Pole-Position weggeworfen. Und ist dadurch vom zweiten Platz gestartet. Wir waren um 6.000. schneller. Und wir sind bei der 1.33 weit weg von der gestrigen Zeit. Also die sind ja da gestern fast 1.30er. 1.30er-Zeiten sind die da gefahren. Vielleicht knacken sie morgen sogar die 1.29er. Jetzt sind wir auch weit weg vom letzten Jahr. Aber dennoch war es ein sehr interessantes Freist-Trainings. Erster Freitrainings-Tag. Und wir kommen hier nochmal zum Qualifying vom Saudi-Arabien-Kraub. Ich habe hier die deutsche Schreibweise genommen. Es gibt auch die Jeddah, die englische Schreibweise. Es ist immer ein bisschen, ja, Cheetah wird auf Deutsch geschrieben. Jeddah dann auf Englisch. Ja, okay. Nur so zu erklären, weil sich auf TikTok viele gewundert haben, warum ich Cheetah geschrieben habe. Es ist natürlich auch jeder gemeint, das ist 1 zu 1 das gleiche wie Österreich und Austria zum Beispiel. Oder Deutschland und Germany sind das halt, ja, egal. Oder Wien, Vienna zum Beispiel. So, dann. Jetzt geht es hier auf unsere erste Qualifying runter, aber das ist keine ganze. Und hier geht es eng. Ich schneide da gerne die Kurve, weil ich das Auto echt sehr blochig abgestimmt habe. Ich mag das nicht, wenn das Auto sich gefühlt in jeder Kurve wegdreht. Und wir fahren wieder hier angeditscht. Wieder kein hundertprozentiger, sauberer Exit hier. Aber doch kommen wir hier halb. Jetzt geht es hier richtig sauber durch. Uh, Track Limits richtig ausgenutzt. Und das war es schon. Wir sind wie wieder in der letzten Kurve. Ich habe ein bisschen geschnitten. Ihr wisst, wenn ich hier auch dreimal die gleiche Runde zeige, ist es auch langweilig. Ich möchte nur wissen, ob wir es überhaupt ins Q3 schaffen. Und das wird sich gleich hier beweisen. Wir haben 1,32,5. Eine sehr stabile Zeit. 14 langsamer als Walter Rebottos. Aber dennoch, glaube ich, könnte es gereicht haben, um die Top 15 der schnellsten zu sein. Gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. Okay, bevor die Knie hier noch einmal smooth um die Kurve fährt. Sebastian Vettler. Ja, ich freue mich. Und ich würde mich echt freuen, wenn er in den 14 Tagen endlich wieder dabei ist. Also, das würde mich echt freuen. Aber ich gehe davon natürlich sehr stark aus. So, la. Und hier, sechster Platz hat gereicht. Auch Lance Droll mit einem ganz knappen 14. Platz hat es noch ins zweite Qualifying geschafft. Und wir gehen natürlich hier direkt rein. Ich habe mir jetzt auch überlegt, gelb. Aber dann hätten wir ewig fahren müssen. Und geradezu, ich rechne nicht damit, dass wir uns die Pole holen können. Und das wäre dann echt sehr schlimm, wenn wir dann irgendwie, ja, irgendwie verhungern. Also habe ich mir gedacht, wir werden rot nehmen. Die werden auch circa 10, 11 Runden halten. Und wir fahren ja nur 25. Also wird das eine entspannte Sache. Erste Kurve halbwegs gut hier erwischt. Und die zweite hier nicht einmal angeditscht. Hier links schneide ich echt gerne die Ecke. Die hat man im neuen Formel 1, also in der aktuellen Strecke, komplett rausgenommen. Das ist ein kleiner Winkel hier. Wo auch, glaube ich, der Crash von, also ich glaube, geradeaus in der Ausluftzone war der Crash von Mick Schumacher letztes Jahr. Ja, generell viele Ausfälle, auch Vettel letztes Jahr ausgeflogen. Ich glaube, zu Noda war da der Crash irgendwie mit zu Noda und dann konnte er nicht weiterfahren. Auch, wie hast du noch ausgeflogen? Russell Perez zum Beispiel. Natürlich auch Mazepin, der ja Russell hinten drauf gefahren ist. Leclerc rausgeflogen, weil ihn Perez weggedreht hat. Und vieles, vieles mehr. Ein sehr verrücktes Rennen. Guckt euch gerne die Highlights nochmal an. Wir kommen ja sehr smooth durch. Sehr, sehr smooth bis jetzt. Echt, also für das, dass es nicht so ausgesehen hat, mag ich die Strecke eigentlich sehr. Ich weiß auch nicht, ob es das Gebäude hier gibt, weil ich habe im ersten FP nicht komplett aufgepasst, muss ich zugeben. Und mir war da ehrlich gesagt das Geschehen auf der Strecke, ja, wichtiger. Aber im zweiten hat man es ja nicht mehr gesehen, weil es ja schon finster war, also dunkel war. Ich bin auch sehr gespannt, was dann bei der Sitzung, die gestern vorher war, aber auch noch heute für mich ist, rausgekommen ist. Also, ich denke mal, man wird fahren. Auch der Sponsor hat gesagt, man wird dort fahren. Das war eine Runde hier. Wir sind die komplette gefahren. Also, ich bin da sehr stolz drauf. Wir haben zwar nur den ersten Sektor als Lila, der für mich auch sehr perfekt war. Im zweiten habe ich ein bisschen an Zeit verloren, ja, aber auch nicht viel. Also, wir sind eigentlich, ja, im dritten haben wir dann vier Zehntel verloren. Da, ja, das ist auch so mein Kryptonit-Sektor. Du musst auch echt mit dem ES aufpassen. Wieder Potos, der Schnellste. Und für Stappen und Hamilton haben sich doch noch mit Gelb qualifizieren können. Also, das wundert mich da echt. So, Leute, und jetzt wird es spannend. Wir sind im letzten Qualifying in Q3. Wo können wir uns heute qualifizieren? Und wir kommen hier in eine gute Aufwärmrunde. Ich werde nur einen Versuch fahren. Dass ich mir die roten Reifen auch sparen werde fürs Rennen. Ich weiß nicht genau, was passiert. Bei der Safety-Kurve in Saudi-Arabien sehr wahrscheinlich. Wir hatten letztes Jahr zwei Safety-Kurve-Phasen, zwei rote Flaggen. Also, wenn ein Crash ist, ist es auf jeden Fall eigentlich immer gleich eine rote Flagge oder Safety-Kurve, weil die Strecke so eng ist. So, hier anfängt erste Kurve. 50 Meter Schild, fängt man zum Bremsen an. Gut und sauber durchgekommen. Auch links, okay. Man hat auch an vielen Kurven, ja, Deep Track, also die Strecken, die Mauern um eineinhalb Meter noch rausgeschoben. Ich glaube an zwei, drei, vierzehn, einundzwanzig und siebenundzwanzig. Und da kommt die leichte Berührung. Genauso war es gestern bei Leclerc. Ja, und das bringt einen natürlich durcheinander. Es gab ja Gott sei Dank keinen Flügelschaden und nichts. Ich fahre mit Simulationen. Also, dass da mal ein kleiner Schaden kommt, ist leider, ähm, ja, meistens denkbar. So, hier beim Rausbeschneidung noch sehr früh aufs Gas gehen können. Das war sehr sauber. Und ja, wir fahren da die ganze Länge auf den Körb drauf. Und zack, zack. Gut, auch hier ist Smooth durchgekommen. Rechts hier ist dann Sands in die Mauer geditscht oder vorhin. Aber ich denke mal, das war hier. Und dann hier Flow. Kurve 1, U, 2 und 3. Und ich glaube, das ist hier schon Kurve 24. Also, ich bin mit der... So, da, da. Und ja, perfekt. Viel Schwung mitnehmen können. Hier rechts berühre ich den Körper lieber nicht mehr. Ich bin im Training da einmal draufgekommen, direkt das Heckweg und in die Mauer geklatscht. Das machen wir nicht mehr. Und, ähm, hier dann. Anfahrt letzte Kurve. Nur nicht so ein Fehler wie Verstappen letztes Jahr. Ganz, ganz spät gebremst. Hier links auch den Körper schön mitgenommen. Beim Rausbeschneidung auch den ganzen Körper mitgenommen. War eine sehr tolle Runde. Ein sehr guter Versuch. Wo werden wir stehen bleiben? Es ist eine 1,32,4. Also, wir sind gute 2 Sekunden lang so als die KI letztes Jahr. Und es ist dann... Beenden wir mal das Ganze. Uh, wir fahren hier im, im, äh, Formationsflug mit, äh, mit Lewis Hamilton. Nur ist das Hamilton? Ich weiß nicht, sorry. Ich hab die Nummer nicht erkannt. Auf dem sechsten Platz sind wir gelandet. Das ist okay. Also, das ist sehr okay. Ich dachte mir, wir werden vielleicht Top 5, aber sechster Platz, finde ich, ist echt stabil. Kann man nichts anderes sagen. Abonniert gerne den Channel, Leute. Schaut unbedingt gerne auf it-gaming auf Instagram vorbei, falls ihr nichts mehr passen wollt. Aber auch viel gern für News und kurze Videos. It's unterstrich Tobi. Vielen Dank fürs Zugucken. Es wird auf jeden Fall ein sehr spaßiges Rennen. Ich hoffe, dass auch die Formelans hier fahren wird. Und dass sich das alles noch legen wird. Abonniert den Channel gern kostenlos. Und lasst gerne einen Däumchen oben da. Falls ihr wissen wollt, was passiert, ihr schaut auf TikTok vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.